Ganz schlecht. Ganz schlecht ist das. Wir wissen das da. 600. Was ist da für eine Luft drin? Toll. Da oben ist noch Sauerstoff drin. Kupfer, Kupfer. Was ist hier? Kupfer. Wir müssen da hoch erstmal. Und dann machen wir eine Tür rein. Damit der Sauerstoff, der geht ja nach oben und uns nicht hier immer abhaut, wo wir überhaupt nicht leben. Das wollen wir nämlich nicht. Weil die Türen kann man auch querlegen. Das ist nämlich nicht das Problem. Die ist aber zwei breit. Also kann ich nur auf einer Seite das alles Kupfer. Dann gehen wir da hoch. Warte, hier. Der Anfang ist ja schon unter aller Kanone. Ja, ja, ja. Strom können wir noch nicht. Oh, Metall. Unrefri... Ja, ja. Ungekühltes Essen. Und da ist wieder Zeugs runtergefallen. Das kommt von oben. Der Staat ist ja wirklich hier... Gut, da haben wir hier aber Sauerstoff, ne? Ja. Da nicht wirklich. Gut, der bleibt aber da oben, der Sauerstoff. Was ist das? Ja, da. Äh, das könnt ihr mal abernten, was hier abzuernten geht. Bitte. Da ist Kupfer. Das holen wir uns jetzt auch. Das brauchen wir nämlich unbedingt. Und dann tun wir uns da eine Tür reinsetzen. Das machen wir nämlich dann so. Und so. Die passt halt nur so. Es gibt keine Dreiertüren. So. Da haben wir das schon mal. Ach Gott, Leute. Ich sag's euch. Storage machen wir dann auch. Dann räumen wir nämlich auf. Okay, jetzt. Hier. Ähm, wir brauchen... Zwei Stück davon am Anfang. Erstmal... Kabel. Kupfer haben wir nicht so wirklich viel. Ähm... Was sich auch geändert hat. Ähm, Kabel hält nur noch bestimmte... Leistung aus. Also Ampere. Sagen wir mal so rum. Ist die Belastung zu hoch, brennt's weg. Deswegen haben wir auch hier Heavy-Watt-Wire. Und sowas alles. Muss man... Man kann nicht mehr alles einfach in einen Stromkreis hängen. Das funktioniert nicht mehr. Das ist da unten schon viel. Toll. Geht das so? Kommt denn der? Der ist von selbst gestorben, oder wie? So. Research, diese Computer vom Research, die erzeugen eine sehr hohe Abwärme. Vor allen Dingen er hier. Den brauchen wir aber nicht am Anfang. Deswegen, da kommt's Essen hin. Äh... Setz mal den da mal hin. Der braucht ja... Ich lass den mal da. Der kann noch an den Stromkreis dran. Das ist nach meiner Erfahrung nicht das Problem. Fischkorb geht aufs Klo. Aber könnten wir immer ein bisschen Strom am Anfang haben. Dem geben wir eine 6. An dem auch. Dabei bleibt's da auch. Stress sieht noch okay aus. Ja, geh aufs Klo. Ihr seid nur zu dritt. Wo ist also euer Problem? Wo ist euer Problem? Ähm... So, da haben wir das. Die Batterien sind noch nicht angeschlossen, deswegen strampelt auch noch keiner. Aber jetzt. Jetzt laden sie die auf. Und dann fangen wir auch schon mit dem Research an. Ähm... Das. Gibt Gas. Okay, da brauchen die Wasser. Das müssen sie halt da holen. Ich hoffe, die Hund sind nicht da. Ist halt ein langer Weg. Und dann können wir nämlich hier... Okay. Da ist das Wasser nicht weit. Den stelle ich jetzt mal da hin. Und der kann... Der sollte auch noch am selben Stromkreis funktionieren. Ohne Probleme. Guck, wir haben wir jetzt noch. Kennt ihr schon wieder, oder was? Wo seid denn ihr hin? Ach, weil die Akkus vollgeladen sind. Tatsache. Vegan, du. Deswegen strampeln sie nicht. Ich habe sonst nichts weiter zu tun. Und dann passt das. Okay. Was ist denn los mit dir? Keine Produktion in der Weite... Hä? Hä? Da ist doch. Warte mal. Habe ich hier Mist gebaut, oder was? Ähm... Research. Du nicht. Machst du. Combat. Lassen wir die zweimal reparieren. Ja, okay. Es ist jetzt nicht so... Ding. Machen wir auch erst mal am Anfang. Ah, hart. Machen wir alles ganz tolle. Kochen. Ja gut, aber irgendjemand macht ja kein Kochen, ne? Nehmen wir denn schon einen vierten? Was ist denn jetzt los? Fundament fehlt. Ach Gott. So fehlt denn da das Fundament. Haben die das da irgendwie weggeputtelt? Ach, wegen dem Kabel, ne? Ich würde mal in Ordnung bringen. Leute. Ähm... Ja, wir nehmen wir noch einen. Da kann er zwar nicht so wirklich gut atmen. Aber die ziehen halt dann noch um. Das machen wir dann noch. Der Start ist ein bisschen holprig, weil... Wir haben hier... Die Bedingungen waren halt jetzt wirklich ein bisschen schlecht, ne? Die Bedingungen waren ein bisschen schlecht. Wir gucken aber erst mal, was wir hier haben. Eine kleine Blase. Ein Reizdarm. Der braucht länger Blasenequitet. Und was ist hier? Ging da von Athletisch. Reizdarm. Na, Angsthase. Kleine Blase. Töch, töch. Aber... Dekorations... Äh... Das ist jetzt nicht so schlecht, ne? Den würde ich sowieso nicht nehmen, dann. Übergeben, übergeben. Hm... Der kann nicht... Der lernt da aber schnell. Äh... Wir nehmen mal den Hassan. Druck mir den mal aus. 28.500 Food haben wir. Was ist dir das zu warm? Wie viel Grad haben wir eigentlich? 19 Grad. Wo willst denn du? Alles im grünen Bereich. Da unten seht ihr schon mal, dass die schon wieder Temperatur da erzeugen. Das hat ja nichts zu tun, ne? Ähm... Machen wir erst. Wenn wir schon gerade jetzt nichts zu tun haben, könnt ihr schon mal ein bisschen was machen. Wieso eigentlich nichts zu tun? Keine Produktion in der Warteschlange. Hab ich nicht hier das so gemacht? Hab ich nicht, oder was? Echt? Algen 3083. Noch brauchen wir es nicht. Wir haben noch von diesen anderen Dingern da. Hm... Wie sieht's denn hier aus? Ähm... Den töten wir dann mal und das tun wir uns einverleiben. Da machen wir dann eine Tür quer. Warte mal. Ich schau mal schnell noch mal in die Jobs rein. Äh... Der Hassan. Ah... Gut. Okay, dann nehmen wir hier vom Bilden erstmal einen weg. Damit die nicht zu viel machen. Der ist richtig gut. So, Anastasia, hast du nichts zu tun? Okay, dann kannst du hier mal aufräumen. Wir müssen aber gucken, das tut nämlich den Dekorationswert runtersetzen. Immer schön darauf achten. Dekoration minus 10. Zwei-Felder-Radius. Das ist jetzt noch nicht so. Ja, das lassen wir erstmal da. Können wir immer noch später ummachen. Den setzt er mir mal da hin. Brauchen wir Strom eigentlich? Nö, Strom läuft eigentlich noch ganz gut. Den setzt er mir da hin und dann holt er mal den ganzen Kram da weg. Weil wie sieht denn das aus? Ja, das funktioniert nämlich jetzt ganz gut. Alles weg. Was macht ihr eigentlich? Was hat denn der Fischkopf gemacht? Wenn ich mit Prioritieren muss man auch, kann man jetzt, wir machen das auch mal auf sechs. Du bist auf sechs. So. Da muss man ein bisschen aufpassen, aber das funktioniert. Jetzt haben wir natürlich drei Leute da oben gebunden. Muss der sein Kram selber holen, um das Essen zu machen. Wir haben vier Leute. Das sind, einer braucht mehr. Das sind 4.500 Kalorien am Tag. Also das, ähm, nee, komm, lass mal gut sein. Die Arbeitskraft sparen wir uns jetzt gerade mal. Geh mal weg da, Fischkopf. Alles außerorganisch. Ne, doch. Hol da mal die Algen rein. Aber die kontaminierte Erde nicht. Das Klo ist bald voll. So. Die machen Räume auf. Das Klo ist bald voll. Das kommt dann auch mal woanders dahin. Ähm. Wir brauchen aber unseren Komposthaufen. Setzen wir dann den hin. Dann lassen wir den erstmal da unten. Ach, den erforschen wir gerade, ne? Den erforschen wir gerade. Wie lange brauchen wir denn da noch? Schon fast voll, das Ding. Deko will ich da, die will ich nicht da hinstellen. Wissen, Deko ist nicht so unwichtig. Hier sieht's eh schon aus wie Kraut und Rüben. Hm. Was? Was denn? Okay, da kommt nämlich der Rotze jetzt von da oben runter. Ist das hier schon weg? Es ist schon aufgebraucht. Okay, haben wir die Forschung abgeschlossen. Ähm. Alles. 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 Außer organisch. Nochmal weg. Und die Algen da rein. Okay, 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 okay. Jetzt machen wir gerade langsam. Sauerstoff. Dann haben wir hier das Algen-Terrarium. Äh. Ja. Eigentlich da unten, aber bis der Sauerstoff, da können wir den da hinsetzen. Können wir da hinsetzen. Kriegen wir das da hin? Oder... Was braucht der eigentlich? Der braucht Algen und Power, aber... Ich setz den mal da hin. Der sollte auch noch mit dem Strom gehen. Das ist übrigens aufgeräumt. Okay, machen wir da schneller. Wie sieht's denn mit der Tür aus? Die können wir noch nicht, ne? So, manuell eine Luftschleuse. Manuell eine Luftschleuse sollte aber funktionieren. Ne, geht der Treppe nicht. Das ging doch... Oh, geht das seit dem Patch nicht mehr? Tatsache. Guck mal an, du. Haha. Mist. Verdammter. Die kommen da... Oh, toll. Das ist natürlich blöd, ne? Ähm, wartet mal. Was haben wir denn da liegen eigentlich? Äh. Wo war das Gelumpe da weg? Den Stör... Den töten wir. Den kaum braucht man ab. So, jetzt hier. Bildfindung aktiv? Nö, so selbst tot. Haha. Er ist von selbst gestorben. Was ist das? Algen. Die nehmen wir uns noch mit. Und dann machen wir das Ding zu. So, Researchen. Liquid Piping brauchen wir, glaube ich. Power Regulation brauchen wir noch nicht. Da gibt es nämlich auch einen Temperaturschalter. Der ist ganz gut. In meinem einzelnen Spiel habe ich damit die Klimaanlagen dann später geschaltet. Aber diese Massagebänke zum Stress, die sind nicht unwichtig. Können wir die schon bauen? Wir nehmen... Liquid Piping. Und ihr dürft mir das jetzt gern mit einer 7 erstmal fertig bauen. Sonst wird das nämlich nie was. So. Was hat er für eine Priorisierung? Noch gar keine. Die sollen dann aber schön mit... Wieso ist denn der nie an? Die sollen doch... Den kann ich nicht mehr priorisieren, dass die den schneller auffüllen. Interessant. Unzureichte Sauerstoffproduktion. Ne, haben wir gleich nie mehr. Habt ihr den Kram da oben mal gemacht? Ne, haben sie nicht. Wir können aber unser Sheethaus jetzt bauen, ne? Den Komposthaufen, ne? Wo ist der denn? Da. Setz mal da unten hin. Das Dreckloch hier unten ist aber erstmal so. Tut mir leid. So, wie sieht's hier aus? 640, 50. Da drücken wir das alles nach unten weiter. Das ist natürlich gar nicht gut. Gut, das Ding ist ja aufgebraucht, ne? Okay. Zack. Zumachen bitte. Habt ihr das alles? Na gut, die tragen es weg. Das ist die Erde. Ist aber auch gleich voll. Auch voll. Essen. 25.000. Ne, ne. Wir müssen von Anfang an hier aufpassen. 7 bitte. Zumachen. Ja. Ja. Ja.